Hallo und Servus, liebe Freunde aus Vellmar und Umgebung, wir sind die Dorfrocker und wir sind bald wieder bei euch zu Gast in Vellmar am Samstag, dem 11. April. Wir haben euch noch in aller allerbester Erinnerung, diesmal wird es noch viel geiler, diesmal geht die Luzi richtig ab. Wir freuen uns auf euch am Samstag, dem 11. April. Denn wir kommen in der Rennung, du geholst. Ich bin ein Hauskind, was wir können es geben, als aber nur für die Hand zu gehen. Max, ein gleicher Abbrauch des Organischen, machst du es bald, wir wollen die Dorfrocker! TSV